Incels, chronisch unterfügte und frauenhassende Männer. Das wird heute wieder eine harte Folge. Aber da müssen wir drüber reden. Was es mit Incels auf sich hat und warum du kein Insel bist, darum geht's in diesem Video. Hey ihr Fashion Bossing-Girls da draußen, ich bin Chris Kiss und willkommen zum Dating-Dienstag. Es gibt also eine Sache, über die ich schon lange mit euch quatschen wollte. Das Thema Incels. Und wer sich jetzt von euch fragt, für den gibt's jetzt hier den kurzen Faktencheck. Sie sind die ewigen Verlierer im Dating und sehen sich oft als Männer dritter Klasse. Sogenannte Incels. Der Begriff wurde durch eine Studentin 1997 geprägt. Sie hat damals ein Online-Forum als Art Selbsthilfegruppe für schüchterne Menschen gegründet. Nachdem sie das Forum einige Jahre später verlassen hat, ist daraus ein Hassforum für heterosexuelle Männer geworden. Die Inselbewegung hat sich seitdem zu einer stark frauenfeindlichen Ideologie entwickelt. Dabei gehen Incels davon aus, dass es im Dating einzig und allein nur um das Aussehen geht. Für sie gibt es eine klare Hierarchie. Vermeintlich attraktive Männer, sogenannte Alphas, stehen ganz oben. Und sie, die Incels, ganz unten. Frauen werden dabei oft abwertend und pauschalisierend als böse, oberflächlich und schlampig bezeichnet. Auch Rassismus, Pädophilie und sexualisierte Gewalt wird in der Incelsbewegung verherrlicht. Diese Denkweise hat sich in den letzten Jahren stark radikalisiert. In den Jahren 2018 bis 2021 ist es dabei in den USA vermehrt zu sogenannten Insel-Terroranschlägen gekommen. Und auch der Anschlag 2019 im deutschen Hallern der Saale hatte Bezüge zur Inselideologie. Ja, harter Tobak. Und das ist nur ein kleiner Auszug aus der Inselbewegung, in der es noch viel absurdere Denkweisen gibt oder Fachbegriffe wie Chats, Normies, Stacys oder sexueller Marktwert. Deshalb gerne mal den Wikipedia-Artikel auschecken, der so einen groben Überblick gibt, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wird also Zeit, da mal genauer drüber zu sprechen. Auch weil ich selbst hin und wieder mal Kommentare lese, in denen Leute so eine Denkweise haben oder sich sogar ganz direkt als Insel bezeichnen. Ich beschäftige mich jetzt seit 8 Jahren mit Dating, Beziehung und Liebe. Und ich will dir mit diesem Video klar machen, was das Gefährliche an solch einer Ideologie ist und warum du kein Insel bist. Aber lass mich das Stück für Stück erklären. Ich kann viele Gedanken solcher Insels nachvollziehen, weil ich früher selbst viele schlechte Erfahrungen in Dating und Beziehung gemacht habe. Und auch heute teilweise noch mache. Meine letzte Beziehung war auch eine toxische Beziehung und sehr belastend. Und das kann Menschen stark frustrieren, das kann Angst machen und das kann Hass fördern, weil man einen Grund sucht. Und der ist bei Insels der böse Alpha oder pauschal einfach alle Frauen. Alter, Bullshit. Damit machst du es dir ein bisschen zu einfach. Und so funktioniert unsere Welt auch nicht. Es gibt nicht nur schwarz und weiß, gut und böse oder attraktiv und nicht attraktiv, sondern noch ganz viel dazwischen. Insels versuchen es sich mit ihrer Denkweise aber sehr einfach zu machen und pauschalisieren dabei einfach stark. Indem sie den Fehler erstmal per se bei anderen suchen. Tja, super, dann muss ich ja nichts ändern. Das ist das erste große Problem dieser Ideologie. Finde ich auch ein ganz schwieriges Mindset. Denn wenn du diese Denkweise einmal gefestigt hast, gibt es für dich ja keinen Grund mehr, an dir zu arbeiten, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln oder auch mal deine Komfortzone zu verlassen. Weil du einfach sagst, ich bin hässlich, alle Frauen sind scheiße und daran wird dich auch nichts ändern. Egal ob du hier bist und nicht. Budi, dein Ernst? Das ist nicht nur total faul, das ist auch eine unglaubliche Mitleidsnummer. Und was du damit vor allem tust, ist, dich deiner Verantwortung zu entziehen. Es tut mir wirklich leid, dass du so schlechte Erfahrungen gemacht hast und ich wünsche dir wirklich von Herzen, dass sich das ändert. Aber mit dieser Denkweise wird's das nicht. Wenn du von dieser Ideologie wirklich fest überzeugt bist, dann wirst du auch in 10, 20 oder 30 Jahren noch der genau gleiche, verzweifelte, untervögelte Typ sein. Und nein, es hat nichts mit deinem Aussehen zu tun, sondern einzig und allein mit deiner Denkweise. Dating oder auch Erfolg steht und fällt mit deinem Mindset. Und das sag ich dir als jemand, der früher in seiner Jugend selber ein extrem schüchterner Typ war und keinen Erfolg bei Frauen hatte, bis ich irgendwann mal meine Denkweise verändert habe. Und nicht mehr gesagt habe, alle Frauen sind scheiße und die wollen nur Muskeln und Geld. Ich hab plötzlich gemerkt und verstanden, wow, im Dating kommt es auf viel mehr an als nur deine Optik. Die spielt eine Rolle, ja, keine Frage und ist auch ein Vorteil, aber deine Persönlichkeit ist genauso wichtig oder sogar noch wichtiger. Diese Aussage, du musst nur gut aussehen und dann läuft's im Dating, ist die typische 0815 Ausrede von verzweifelten Typen. Und zeigt einfach nur, dass es dir massiv an Erfahrung fehlt. Und Brudi, wenn du keine Erfahrung hast, stell keine willen Thesen auf. Wenn du dir jetzt denkst, was will mir der hessische Typ da erzählen, bestätigt das noch mehr, dass dieses Inselgedöns totaler Quatsch ist. Weil dann würde ich nach deiner Logik ja auch keiner abkriegen. Aber dann bist du halt ein Alpha. Ja, nee. Kommen wir zum zweiten großen Problem dieser Inselbewegung. Das Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Und das ist das viel größere Problem. Denn Menschen wollen sich immer verstanden fühlen. Die wollen immer das Gefühl haben, irgendwo zuzugehören. Und fangen dann an, sich mit irgendwelchen Dingen zu identifizieren. Plötzlich sind sie nicht mehr allein mit ihren Problemen, weil ihre kleine Bubble das genauso sieht. Und haben auf einmal die Lösung dafür. Dumm, Frauenhass von sich zu geben mittels irgendwelcher cringing Fachbegriffe. Ich meine, du bist nicht einfach als Insel auf die Welt gekommen. Sondern du hast dich irgendwann bewusst dazu entschieden, einer zu sein. Und hast gesagt, ja, so ist das. Und hast im schlimmsten Falle den Quatsch dann noch unreflektiert weitergeplappert. Tja, wenn Insels nur mal halb so viel Zeit und Mühe in sich selbst stecken würden. Um es auch mal deutlich zu machen. Nur weil du mit 20 oder 30 Jahren noch Jungfrau bist, noch keine Beziehung hattest oder schon sehr viele unschöne Körbe bekommen hast, bist du kein Insel. Leute, hört wirklich mal auf, euch selbst in irgendeine Schublade zu stecken. Es geht ja nicht darum, dass du generell Probleme im Dating hast, sondern es geht um diese Ideologie, sich damit zu identifizieren. Das ist das ganz große Problem. Denn du bist, was du denkst. Und wenn du denkst, ich bin ein Insel oder nur das Aussehen ist wichtig, dann wird sich an deinem Glück auch nichts ändern. Das Leben hat viele unschöne Dinge zu bieten, aber die gehören leider dazu. Weil es Erfahrungen sind, an denen du wachsen kannst. Das Leben wäre super langweilig, wenn es keine Herausforderung geben würde. Und die haben wir alle. Natürlich haben einige Menschen das Glück, dass sie in der Gen-Lotterie das Große losgezogen haben und besonders attraktiv sind. Zumindest das, was die Mehrheit der Gesellschaft als attraktiv empfindet. Das heißt aber nicht, dass du automatisch keine Chancen hast, sondern einfach nur, dass du dich ein bisschen mehr anstrengen musst als andere. That's life! Früher in der Schule musste ich in Mathe auch zehnmal so viel lernen wie andere, die es auf Anhieb verstanden haben. Deswegen habe ich aber auch nicht gesagt, die anderen sind schuld, weil ich scheiß Noten schreibe. Und stell dir vor, im Dating war das bei mir auch nicht anders. Ja, da musste ich mir auch mehr Mühe geben und mehr dazulernen als vielleicht andere. Aber deswegen suche ich doch nicht die Schuld bei anderen. Ich hoffe, dass dieses Video den ein oder anderen zum Umdenken anregt. Ich weiß, dass in meiner Community viele coole und intelligente Kerle sind, die reflektieren können und die wissen, dass sie für ihre Situation verantwortlich sind und auch bereit sind, daran zu arbeiten. Yes, das macht Persönlichkeitsentwicklung aus. Ich weiß aber auch, dass sie unter meinen Videos vereinzelt solche Incels tummeln. Und wenn ich mit diesem Video hier auch nur einen einzigen zum Nachdenken anregen konnte, diesen Insel-Quatsch mal zu überdenken, dann hat sich das Video schon gelohnt. Ich will dir nichts verkaufen. Ich will einfach nur, dass du aus deinem Insel-Hamsterrad rauskommst und Verantwortung für dein Leben übernimmst und die Verantwortung nicht im Hass auf andere Menschen suchst. Denn dafür ist auch hier auf meinem Kanal kein Platz. Leute, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Gebt ihm gerne einen Daumen nach oben, um das zu unterstützen. Und wir sehen uns wieder demnächst in alter Frische. Macht es gut, bleibt gesund, bis dahin und ciao.